moin 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 mollos und hoopers ich wünsche euch allen wie immer einen wunderschönen guten tag und freue mich natürlich dass ihr hier wieder bei den ja bei dem elden ring wie wir eingeschaltet habt und zwar können wir stark davon ausgehen dass elden ring revealed wird und zwar schon bald warum ja omni hatte vor ein paar tagen gepostet dass endring in nächster kürze revealed wird omni ist eine verlässliche quelle und jetzt haben wir noch job kelly best job kelly hostet die game awards ja aber jetzt auch das hammer game fest das jetzt in vier tagen stattfindet ja das ist diesen donnerstag glaube ich mal gucken mensch das ist am donnerstag genau es hängt um 8 uhr von unserer zeit an und ich weiß nicht ob ihr euch daran erinnert aber vor ein paar ja vor einem halben jahr gab es dieses meme ja und zwar war das job kelly der kein elden ring gameplay gezeigt hat und das ist ein bisschen wieder gegangen ja er wurde in so einem kleinen käfig eingesperrt in halt einem ja in einem gefängnis und das ding ist was was bedeutet das für uns eigentlich an sich das alleine bedeutet jetzt nicht viel weil das wurde nicht von ihm gemacht aber job kelly hat jetzt kurz davor etwas gepostet und zwar das hier i will break free ich meine auf was denn sonst soll das bitte eine anspielung sein wir können ja noch mal auf seinem twitter gehen ja hier zum game fest 10 juni der hat auch letztens oder letztens vor ein paar stunden einen hype trailer genau den hier hochgeladen da gab es aber nichts zu elton ring zu sehen also da war kein kein anteaser oder so aber auf jeden fall das ist wichtig da ist ein panda der aus einem käfig ausbricht und raten mal wer halt eingestellt war es war halt job kelly und weil er ist gepostet hat er ist der haus der er stellt das alles vor er steht da vorne und redet das muss stimmen deswegen ich freue mich einfach euch in vier tagen zu sehen hoffentlich dann bei meinem twitch stream der um 8 uhr dann beginnt weil genau dann irgendwann wird elton ring wild elton ring wild ich kann es nicht glauben zwei jahre zwei jahre haben wir jetzt gewartet und es ist soweit und wenn es jetzt nicht kommt dann werde ich werde ich der traurigste mensch sein den es hier auf dem planeten gab ja aber es wird kommen ich glaube hundertprozentig dran ist wenn job das macht und es kommt nicht dann ist das ende für ihn der krieg den flame seines lebens deswegen elton ring kommt ja elton ring kommt am 10 juni dort bei mir im stream vorbei mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen ich wünsche euch allen wie immer einen wunderschönen guten tag haut rein und ciao